ja ich habe gesagt wir machen nur einen part noch ja ich weiß es ist jetzt der ich muss näher ran weite part nein 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 wobei ich das jetzt eigentlich auch nur gemacht habe weil das video noch 23 minuten braucht und dann wäre ich mich gut schon vorerst das ist vorerst fertig er wird gefühlt 30 rutscherparts ich bin aber dass den stream den ich gerade bearbeite erst dann halt komplett ich muss damit tatsächlich langsam ein bisschen rein puttern ich weiß gar nicht wie sieht mein festplatz dann gerade aus ja ich habe nur noch 1,5 terabyte frei ich sollte bei zeiten wirklich meine meine streams alle runterladen und verarbeiten also dann wird es eng auf der platte also muss ich mal ein bisschen rein pullern wahrscheinlich morgen amt dann auch noch mal bestern ist das ja kontraproduktiv dass ich jetzt das hier mache das ist die lage dann erst mal auf c ich habe kein ziel ich würde gerne noch stufe 19 erreichen und dann würde ich auch hier dem gebiet schneller vorankommen aber hier geht ja gerade alles bis 18 also zwischen 15 und 18 hier wird es bestimmt auch noch 20er sachen geben aber gerade ist das erstmal so das höchste ich will bei vorsprung der betrug vor 18 habe auskosten hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt kommen sie hier gerade alle wieder ZDF, 2020 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 Das war's für heute. so wieder schnapp ich mir jetzt das ist zu weit entfernt dann ist die question schon mal fertig nun sind die spinnen wieder dran ich habe kein ziel dieses drachen welten ding 15 minuten noch und wie lange das hier noch ich muss näher ran ich muss näher ran ich muss näher ran das gibt es doch nicht frag mich wo diese eine spinne ist und 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 von 19 ja das sehr kondorfleisch ich fast auf anhieb unfassbar ich werde aber gerade was ein so habe ich vergessen mich in dem gasthaus zu harmonisieren so sogar nach westphal auf dem wind Schmied der Auge so gut halt auf jeden Fall. Ja, müsste ich sogar. Warte mal, ich geb einfach mal die ganzen Sachen ab. Macht doch grad mehr Sinn. So eigentlich nicht, aber... Braucht ihr etwas? Ähm... Gut, Spinnflashkünderfessel und Schnauze, da wir nicht verkaufen. Wir haben geöffnet. Ich schnauze. 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 Okay. zu seiner verteidigung zu sagen ich habe den halunken verfolgen lassen sollen dass ich die chance hatte also die informationen sind von äußerster wichtigkeit gute arbeit ich möchte zu gern wissen was weil die meinte gestein mit erwähnte vielleicht ist ihnen dann nur etwas rausgerutscht könnten die idee wie es irgendwas mit dem stein mit zu tun haben wenn man weiß das mit sicherheit und matthias schon kopf von ihm zeigt ihm weil es nachricht und stellt fest aber was zu diesem immer verzückteren werden dann rete beitragen kann als probleme habe schon zu finden seht ihr seht in der kaserne in der eisstadt nach das licht segne euch gut also fakt wir müssen der sturmwind wie geht's wir waren kurz zurück nach rot kam urteil war direkt da vor der stadt möchte mich da einfach nur einmal jetzt einmal harmonisieren wir sehen einmal eine andere sequenz was die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 okay wo ist er denn marcus jonathan die stadt war vielleicht wo seit vorsichtig aber auch zu einfach eine altstadt das eine können wir vielmals abgeben das andere weiß ich noch nicht wo der karl ist oder schaffte die wir tatsächlich sogar angezeigt Der Wus. McCoy, wahrscheinlich nach oben. Ehre dem König, Freund. Ähm, jetzt, wovon wir der Geben? Die Gelder der Steinmetze wurde von einem Mann namens Edwin van Cleef geführt. Van Cleef, der dafür verantwortlich, äh, war dafür verantwortlich, dass Turmwind wieder aufgebaut wurde, nachdem die Orks aus dem Ersten Krieg den Boden gleichgemacht hatten. Van Cleef waren van Cleef und seine Leute nicht zufrieden damit, wie der König sie behandelte, nachdem der Wiederaufbau verendet war. Das können sie den einen oder anderen Sachverhalt erklären. Warum meiste der Investfall einen ausführlichen Bericht geschrieben, bringt ihn sofort zu ihm. Für die Allianz. Ja, schön und gut. Aber, was ist das für andere Schelm? Dafür muss ich dann wieder zurück. Magistrat, so haben wir, hat er mir keinen Reim. Markus Jonathan. Wo ist Markus Jonathan? Markus Jonathan. So, das kann ich schließen. Ich will nur noch Markus Jonathan finden. Danach bin ich, äh, weit fährt. Äh. Ich will nur wissen, wo er steht. Vor der Stadt, scheinbar. Okay. Dann gucken wir mal vor der Stadt. Ach ja, schön. Weil ich meine, ich bin immerhin beruhigt, wir haben ein paar Parts mehr geschafft. Wir sind ein bisschen vorangekommen. Wir sind im nächsten Gebiet. Gut, mit dem alten noch nicht ganz fertig. Aber wie wir sehen, Blende ist auch sehr die ganze Zeit ein bisschen hin und her. Ja, das scheint dann aber auch jetzt die Sache, die Hauptstory zu sein, die wir da irgendwie so machen. Ich will das da jetzt so ein bisschen raus. Dass so ein bisschen die Hauptstory ist. Dass wir jetzt auch mit den Dphiaster von sich geht. Ich glaube, die eigentliche Oh, sorry, kommt ab von der Crossette. Irgendwie. Ähm. Da, Isar. Hier, Isar. Ich hab da was für dich. Frohe euch, Magierin. Magistrat Solomon ist eine gute Anführung. Seine Worte haben großen Gewicht für mich. Ich werde um eine Audienz beim König ersuchen und ihm die Lage verdeutlichen. Versichert dem guten Richter, dass er sich mit der Unterstützung der Armee von Stormwind gewiss sein kann. Ich werde Verstärkung ansinnen, sobald seine Majestät den Befehl dazu gibt. Während ich auf Antwort vom König warte, möchte ich, dass ihr diesen Brief zum Magistrat Solomon bringt. Wegtreten, Magierin. Okay. So. Wir bleiben aber erstmal natürlich so verweisen. Hier. Den. Und... Ich würde dann sagen... Vielen Dank. Bis zum Schauen. Bis hierhin. Und... Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Gut. Das wird Ewigkeiten, da wir ein bisschen diese Partie sehen. Aber trotzdem. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020